Sehen Sie das? Teller hat Jake etwas gegeben. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber zehn Minuten später war er tot. Das ist in a dead man's hand. Eine mysteriöse Zahlenkombination. Jake, willst du, dass ich zu diesem Mann gehe? Soll ich das für dich tun? Rettet sie Leben oder tötet sie Menschen? Touch, die neue Serie. Nächsten Montag, 21.10 Uhr. ProSieben.